Tief im Turm verborgen leben die Mäuern. Sie entscheiden über die Schicksalsfäden. Erlange Kontrolle über deinen Faden, dann gelangst du zu dem Moment zurück, in dem Zeus dich verriet. Erlange Kontrolle über die Schicksalsfäden. Götter, es ist wahr, ich habe die Wächter des Hades überwunden, bin den Flammen der Pein entronnen, um mein Schicksal zu verändern. Und für all meine Anstrengungen belohnen mich die Mäuern und schenken mir das Objekt meiner Rache, Kratos, den Diener des Ares. Erinnerst du dich an jeden Tag, Spartaner? Niemals vergesse ich diesen Tag. Diesmal, Deist Spartas, hol ich mir deinen Kopf! Hahahaha! D Tol ATTEN D Du D Du Ich bin Das war's für heute. Oh 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Kratos. 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 Die. Oh